Ich trau mich gar nicht, als erstes das Blut zu sehen. Das ist der spannendste Moment der Reise, ehrlich zu sagen. Es ist echt so, es ist so... Ey, soll er mich nicht hinterher gehen? Wallo soll er mir heiß kaufen? Wir wissen aber irgendwie auch nicht, was man sieht. Ah, das ist der Pavillon, wo er gesagt hat. Er hat eine schwarze Jackette. Hast du dir gesagt? Florian! Vielleicht müssen wir unsere Masken absetzen, sonst er kennt uns nicht. Ja, will ich auch so. Schon wie du? So wie ich? Oh! Da! Er ist so gemein. Hier hat er gesagt, sollen wir hinkommen, oder? Wo ist er? Wie spät ist das? Sieben. Das ist genau sieben. Genau sieben. Kaum ist er in Südkorea oder keine Deutschen gepflogen hat mehr. Echt so. Ich ruf ihn mal an, okay? Er hat durch das Ding geschickt. Er geht auch nicht ran. Vielleicht gibt's da irgendwo mehr. Vielleicht haben wir uns im Torki erst. Vielleicht ist es der falsche Tower. Ich ruf ihn mal an. Ich ruf ihn mal an. Ich versteh's einfach nicht. Ich auch nicht. Jetzt habe ich ihn seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Und genau, deswegen würde ich ihn gerne mal wieder treffen. Also auf jeden Fall drei Jahre nicht mehr. Genau, es war jetzt Covid. Wo war mich so, da war auch Florian zu treffen in Südkorea. Ich meine, das ist so verrückt, dass diese Situation wirklich stattfindet. Und ich schau's. Das ist so schlimm. Ich habe ihn noch gesehen. Aber ich habe ihn noch gesehen. Ich habe ihn noch gesehen. Aber ich glaube, man kann auch hoch, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den hoch kann. Ich weiß nicht, ob ich den hoch kann. Ja, was ist denn mit euch vollpfostenlos? Was ist denn mit euch vollpfostenlos, ha? Ja, was ist denn mit euch vollpfostenlos, ha? Oh no. Oh duke. Oh no. Wow, ich kann nicht mal laufen, kann nicht mal laufen, ja, komm. Wir hören dich zu sehen, Mann. Wir hören dich zu sehen, Mann. Alter, ich kann das nicht glauben. Alben, los, ne? Ja, Mann. Wir haben jetzt hier eingewischt. Also letzter Tag, Flo-Tag. Party abends, Seoul-Stadtführung auf jeden Fall. Ich meine, das war Flo reingepostet. Flo, Küste. Florian, Florian. Ja, 계속 Florian, Florian, Florian. Ja, ich wollte so sehen. Flo, Seoul. Party abends, Seoul-Stadtführung auf jeden Fall. Und seine Wohnung, oder? Du hörst nicht zu sehen, Mann. Alter, ich kann das nicht glauben. Boah, ich bin geflasht. Mit einem halben Globus, ne? Ja, Mann. Und jetzt hier ein. Das erzähl ich euch dann später. Ey, Wahnsinn, nach drei verdammten Jahren. Voll geil. Ich bin sogar hochgekommen. Die Treppen. Weil du nicht mit dem Auto hochkommst. Was ist denn das hier alles? Ich fülle meistens den Boden. Ich fülle meistens den Boden. Ihr habt ja Alkohol dabei aus dem Boden. Wir wollten saufen heute. Weil du trinkst und kein Alkohol. Oh, super. Danke dir. Wow, das kriege ich jeden Tag nicht serviert, ne? Wie auch?